Es ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Modell in der gesamten Betriebswirtschaftslehre. Es geht um das St. Galler Management Modell. Doch vorab mal die Frage, weshalb gibt es wirtschaftliche Modelle? Wir sind uns bestimmt einig, dass die Wirtschaft und all deren Sachverhalte nicht einfach sind. Was macht man deshalb? Man entwickelt Modelle. Ihr könnt euch das wie mit der Weltkarte vorstellen. Alles wird so komprimiert und vereinfacht dargestellt, damit es für uns Menschen nachvollziehbar ist. Das hat aber zur Folge, dass es nicht immer zu 100% stimmt. Wie mit der Weltkugel. Die Erde ist ganz bestimmt keine perfekte Kugel, sondern eher eine Kartoffel. Das macht aber nichts, da der Grundgedanke einer Kugel durchaus besser ist als der einer Pizza. Und so sieht dieses einfache St. Galler Management Modell aus. Okay, wir geben zu, auf den ersten Blick erscheint es nicht ganz so einfach. Aber keine Sorge, für euch wird das am Ende alles einen Sinn ergeben. Wir gehen hier im Video nicht auf die Details ein. Es geht um den groben Überblick. Bewegen wir uns von außen nach innen. Das sind die Umweltsphären. Diese beeinflussen unsere Unternehmung von außen. Die Unternehmung hat aber keinen direkten Einfluss auf die Umweltsphären. Es gibt vier allgemeine Umweltsphären. Gesellschaft, Natur, Technologie und Wirtschaft. Das Ziel jeder Unternehmung muss es sein, sich an die äußeren Einflüsse anzupassen und die Trends, wenn möglich, schon im Voraus zu erkennen. Möglicherweise kennt ihr noch die alten Handys Nokia und Sony Ericsson. Hier haben wir ein optimales Beispiel für zu spätes Anpassen an die Umweltsphären. Die technologische Umweltsphäre hat sie die Vorherrschaft auf dem Telefonmarkt gekostet. Stand jetzt, April 2020, befinden wir uns in einer Zeit, wo die Automobilbranche starke Veränderungen erlebt. Tesla ist heute schon mehr wert als VW, BMW und Daimler zusammen. Hier ist nicht nur die Technologie betroffen. Es verschmelzen Gesellschaft, Natur, Technologie und vielleicht sogar Wirtschaft miteinander. Das kann durchaus öfter vorkommen, weshalb eine klare Abgrenzung schwierig ist. Wie schon erwähnt, es ist lediglich ein Modell. Weiter geht es mit den Anspruchsgruppen. Wie der Name es schon sagt, sind das Personen bzw. Bereiche, welche Ansprüche an ein Unternehmen haben. Diese werden in sieben Kategorien unterteilt. Kunde, Mitarbeiter, Lieferant, Konkurrenz, Staat, Öffentlichkeit und NGOs und Kapitalgeber. Wie ihr euch bestimmt denken könnt, haben nicht alle die gleichen Ansprüche. Es kann zu Zielkonflikten zwischen den einzelnen Anspruchsgruppen kommen. Beispielsweise möchten Mitarbeiter möglichst viel Lohn, aber die Kapitalgeber einen möglichst hohen Gewinn. Ihr seht, das knisternt ein wenig. Die Schwierigkeit für ein Unternehmen ist es, eine gute Balance zu finden. Es kann aber auch sein, dass zwei oder mehr Anspruchsgruppen die gleichen Ansprüche haben. Beispielsweise, dass die Firma umweltschonend agiert, kann ein Anspruch des Staates, aber auch ein Anspruch der Öffentlichkeit und der NGOs sein. Als nächstes haben wir die Interaktionsthemen. Das sind alle Themen, um die sich eine Unternehmung aktiv kümmern muss. Das sind Ressourcen, Normen und Werte und allgemeine Interessen. Das waren auch schon die ganzen äußeren Themen. Wir können uns hiermit um den Block in der Mitte kümmern. Zuoberst auf dem Block sind die Ordnungsmomente. Sie ordnen die Unternehmung. Dazu gehören Strategie, Struktur und Kultur. Man gibt seiner Unternehmung eine gewisse DNA. Unterhalb sind die Prozesse. Bei den Prozessen geht alles von Anfang bis zum Schluss. Also von links nach rechts. Die Prozesse im Unternehmen können dann noch in die Bereiche Managementprozesse, Geschäftsprozesse und Unterstützungsprozesse unterteilt werden. Zum Schluss kommt noch die Spitze, welche die Unternehmung vorantreiben möchte. Das sind Entwicklungsmodi. Wie der Name es schon verrät, geht es hier um die Entwicklung des Unternehmens. Dabei kann man etwas in der Unternehmung optimieren oder man erneuert es komplett. Das war dann eigentlich auch schon das gesamte St. Galler Management Modell. Man kann natürlich noch viel tiefer in die einzelnen Bereiche eintauchen. Jetzt habt ihr aber einen klaren Überblick und wisst, welche Bereiche das St. Galler Management Modell beinhaltet. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und dass ihr viel dabei lernen konntet. Hinterlasst uns Feedback, damit die Videos noch besser werden. Ansonsten viel Spaß bei den weiteren Videos.